So, Ahoi, meine Lieben. Sid Kass hier. Herzlich Willkommen zur nächsten Folge. Life is Strange Remastered. Was wäre er denn jetzt? Danke fürs Töten, Chloe. Ich wollte einfach mal die beschissenste Antwort nehmen. Kann ich zurückspulen? Oh ja. Oh, wir können sogar hier noch zurückspulen. Ist ja geil. Achso, warte. Wir gehen hier nochmal zur Tür. Äh? Ja, nun kommen Quad ja nicht so viele. Ich kann es leider nicht skippen. Hm, wo sagen wir das? Ach. Ich dachte, das wäre sarkastisch gemeint. Ach ja, loskommen. Ich glaube, das gibt keine sinnvolle... keine sinnvolle Art, dieses Gespräch hier zu führen. Oh, Kate. Victoria Chaser Rules. Hier ist nichts. Da ist nichts. Hier ist nichts. Da ist nichts. Wir können die Dinger auch nicht verändern. Hier die Tafeln vor den Zimmern. Überall stehen hier Kerzen rum. Obwohl da steht, dass die Duschen geöffnet sind. Sind sie nicht geöffnet? Oh nein. Hey, Kate. Mats. How could you let me jump off a roof? You were the only person I trusted here. But you never really listened to me. Now I'm never going to heaven. Instead, you've stuck me in hell. Alone forever. No. Kate. I was only trying to save you. Ach du Scheiße. Moment, wir gucken jetzt mal in den Rest vom Raum. Hier gibt es noch mehrere Türen. Gut, dann machen wir doch hier weiter. Okay, wir sind wieder hier. Na toll. Wir sind in der Endlosschleife. Jetzt können wir hier auch auf die Karte gucken. Das ist die ganz normale Karte. Müssen wir hinten in unser Zimmer gehen? 50 Cent. Sieht ja nicht ein bisschen anders aus? Nein. Oh, hier die Schlüssel. Den nehmen wir mal mit. Für Zimmer 218. Na okay, dann gehen wir. Wir können auch hier in die Dusche. Okay, wir kommen immer wieder. Jetzt haben wir doch die Schlüssel. Hier haben wir noch 224, 217, 218. Hä? Oh, jetzt ist was anderes. Guck mal, wir haben ein anderes Outfit an. Wie war all die Rachel Ember Plakate? Jetzt ist ja alles voll. Du Scheiße. Finden wir jetzt hier noch einen Schlüssel? Nee. So, ja. Welche ist jetzt die richtige Tür, durch die wir gehen müssen? Na toll. Da oben liegt auch einer. Oh, Mann. Wir versuchen mal unser Zimmer. Nee. Ich muss einen Weg nach draußen finden. Warte mal. Lass uns mal jetzt hier auf die Karte gucken. Tara Gassia hat jetzt unser Zimmer. Rachel Ember? Ja. Das war... Okay, der erste Raum hier links war der von Rachel. Prok war das schon. Das Zimmer hatte wir anders. Victoria hier. Dana. 224. Dann schauen wir mal in Rachel's Zimmer. Das hat nichts zu machen. Doch. You suck. Fuck yourself. Victoria. Ja, was sagt uns jetzt die Karte? Alter. Jetzt ist hier wieder Taylor. Juliet, Kate, Victoria, Max Coffield. Okay, es ist wieder richtig. Ja, da wir jetzt Victoria sind, würde ich sagen, wir müssen in die 2-2-1, wa? Hm. Okay, da ist überall nichts. Gates Zimmer. Na, los. Dann gehen wir mal hier in Victoria's Zimmer. Okay, jetzt sind wir... Jetzt hängen hier überall die Fotos von... von Max rum. Alles voller Polaroids. Alter, ist das krass. So, und jetzt gehen wir in die 2.19. Jetzt sind wir ja wieder Max Coffield. Und zwar, ich glaube, so ziemlich im Original auch. Okay, das steht hier überall dran. Der ganze Flut... Hä? Hä? Riesige Einschü... Alter, was ist das denn für ein kranker Scheiß? Hier? Nee, auf dem Flur der Schule sind wir ja gar nicht gekommen. Da steht doch überall dasselbe dran. Jetzt liegt hier aber kein Wahl mehr. Okay. Ich hätte mal da öfter mal durchgucken sollen. So, wir gehen mal jetzt in unser Zimmer. Oh, an den erinnere ich mich. Genau hier läuft alles rückwärts. Was? Ich weiß nicht, was? Auf die reine ist in in der reine ist. I einen in 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 es ist in und das coole ist wir hören jetzt auch die musik rückwärts so jetzt können wir aber hier hoffentlich vielleicht den richtigen mal schaust auf in der packen skarsch ihr kreis mit holk es ist box get over an a day round number a los zi Hey, da! So, aber hier finden wir doch jetzt bestimmt noch das Foto hier, oder? Da, Go Ape! Und das, das war doch eben in der einen Folge, war das doch das Grippe, was im Wissenschaftsraum steht Was ist da? Stella? Don't smoke? Science Class, aber da komme ich nicht rein! Und das ist hier? Okay, das ist noch richtig. So, na gut, dann folgen wir dem Flur mal. Wir waren ja hier auf dem Weg zur Toilette eigentlich. Wir haben ja hier auf dem Weg zur Toilette. Aiden? Ja, ich drücke dich ab. Schlamm, sie fahre, wenn ich ne Zeit noch bis nicht. Schlamm, sie fahre, wenn ich ne Zeit noch bis nicht. Schlamm, lauter. Oh. Scheiße ist das. Moment Achso Das war bloß die Wandzeitung da Da hinten ist das Gerippe Es läuft rückwärts Alter ist das gut Ist das gut Alter ist das gut So jetzt brauchen wir noch einen Spind Und die Flaschen Ja aber Spind Ja die werden ja den Witz hier nicht zweimal eingebaut haben, oder? Apes Warte mal Go Apes Ne Otter war das Schwimmteam Man soll sich ihn auf die Flaschen Nicht zuzweig sein, Max Ah, ich weiß. Ich erinnere mich, hier finden wir irgendwo den Spind. Hier geht's nicht raus. Gehe mal einen Schritt zurück. So, wir können ja immer wieder einen Ticken zurückspülen. Na toll. Und hier hat er überall seine Kackbilder hingehangen, oder was? Ich weiß jetzt, dass du niemals ein Arzt bist. Nichts, ein Fotografer. Komm her, Max. Die Klasse ist verabschiedet. Wir können ja immer wieder sein. Ich erinnere mich, als du in der Klasse sahst, mit den tiefen Augen zu sehen. Ich will wieder sein Professor. Ich kann dir so viel lernen. Schau in die Lens, Max. Schau rechts. Hey, Max. Schau rechts. Jetzt, Max. Oh ja, jetzt hat er mich da. Schau rechts ein. Ich gebe mir das Liebe und das Hade. Keine versuchen, Max! Geh hier! Ich werde dich abholen! Max! Du warst so pure, so innocent. Jetzt musst du sterben! Natürlich. Fotos. Hier von Kate, hier von uns. Nochmal Kate. Ja, ja. Jetzt kommt ihr da. Foto von uns. Da geht es nicht weiter. Da ist dieses kranke Foto. Aus seinem Dingenskirchen hier. Sag schnell, aus seinem Darkroom da. Achso, jetzt dürfen wir hier auch nicht vom Licht gesehen werden. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Alter, und hier sind überall diese Bilder nochmal. Und irgendwo da hinten finden wir das Foto. Genau. Bitte kommen Sie zum Darkroom. Genau. Bitte kommen Sie zum Darkroom. Nochmal ein Foto von Kate. Ich werde die Sucht wegen dem Tod von Chloe Price und Rachel Amber. Das war dieser Termin zum Planet der Affen gucken mit ihm hier, ne? Das war gar kein Sport, Max. Get in the car. I'll take you for a ride. Get in the car. Ja, wenn du mich so fasst. Nee, dann nicht. Get in the car. Hey. Max. Stopp. Mensch. Sehr furchtbar mit ihm hier. The squirrels hate you. Max, where are you? Max, come out to play. Come out to play. Come out to play. Do you have a scarf I can borrow, Max? Oh. I wish I could press a button and blow this whole fucking school up. Who wants to go ape? Go away, go away, baby. Okay, wir gehen mal hier lang. Come over here, young Max. Come over here. Wir gehen hier überall rum. Schicken wir ihn da erstmal weg. Ich weiß, das war irgendwo ganz hinten am Ende von irgendeinem Gang. Oh. Oh. Ja. Komm, hör auf jetzt gehen. You never snoop around his room again. Come over here, young Max. You're my spirit animal. Ah. Warren, schießbar. I'll take you for a ride. Too bad you didn't become friends with the Tabanga. Oh shit, Warren. That is too weird. Fucking scary. Max, I know you're in here. Just in case I need evidence. You can't hide from your white knight. Give it up. Er hat eine Puppe von Max gebaut. So, und jetzt fehlt ihm bloß noch die Flaschen. So. Nein. Oh, Mann. Scheiße. Jetzt muss ich den nochmal haben. Mein Max. Okay, Foto können wir nicht nochmal nehmen. Oh, du bist der weiße Typ. So. Oh, du bist der weiße Typ, der weiße Typ. So. So, Max. So, Max. So, Max. So, Max. So, Max. Oh, ja. So, Max. So, Max. Was muss ich dann nochmal hinlaufen? Ja, ist doch jetzt die Alfa, bist du nicht da? Mann, das haben sie scheiße gelöst hier. Vor allem, du kannst hier auch nicht laufen. So, jetzt gehen wir hier nochmal hin. Yippie öffnen. So schön. Aber jetzt kommt der Principal Wills auch noch. Ah ja, ihr kommt beschissen hier. Ja, Max. Max. Ach, Mann! Ja, am Arsch hier. Rewinden. Oh, lass mich doch in Ruhe. Ja, jetzt sind wir da wieder. Oh, ey, es ist zum Kotzen. Es war da, bleibt der Scheiß da halt zu, ja. Oh, you never snoop around his room. I knew I should have given that scholarship to Victoria instead of Max. Come over here, young Max. You're my spirit, Adam. What kind of sick mind would steal money from the handicapped? Nobody will miss Max or her friend Chloe after this. Admit it, Max. You're a stoner. A pothead. Wer hat mich denn jetzt da? Ja, da. Na toll. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen nervig auch hier. Warte mal, die Flaschen hatten wir auf dem Schrottplatz. Finden wir jetzt hier irgendwo die Flaschen? Ah, das ist ein Flaschen. Oh, jetzt muss ich hier die Flaschen noch einsammeln wieder. Ich gucke mich hier hinten rum. Ja. Ja. Oh, oh! Time for you to die too, Skit. Well, these ones aren't too hard to find. Nobody ever helped me, Max. Especially you. Why are you looking at me like that? Nobody ever helped me, Max. Especially- Stop! Right now! Nobody ever helped me, Max. Hey! Oh! Das ist echt nervig hier, ey. Nobody ever helped me, Max. Ja, eine Flasche. Nein. Jetzt können wir uns hier hinsetzen, oder was? You're taking a time out, no matter what. If this is my nightmare, let me have one sanctuary. Und wir sind schon wieder bei einer halben Stunde, Alter. Of course, this is where Chloe and Rachel used to hide from the world. But I can't hide for long. Whatever reality I'm in feels like a bad dream. Am I just not learning my lesson? Maybe your real lesson is to get out of this place. Just don't be afraid, Max. Let them be afraid of you. Genau so machen wir das. Welcome to hell, stand so dran. So. Gut. Dann bedanke ich mich erstmal ganzartig für eure Aufmerksamkeit und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ahoi und ciao, ciao. Yo. Chou.